so ich drücke ich drücke nicht immer so rum jasmin ist gestorben ich glaube ich sollte mich heute nicht mehr aus meinem zimmer wagen meine scheiß katze also legen beim kämpfen ist nicht so gerne echt nicht ehrlich nicht junger wie groß ist das denn hier bitte leute wie viele feile aber wie das machst du papa ausbauen krass viele eisen hier ist auch voll viel goldmann creeper das ist nicht so geil ja guck dir an wie gut ich im bauen bin ja muss ich gar nicht versteckt mein freund wenn du mir meine ernte klaus dann wird hier werden wir bei den knäuel das klatscht aber nicht bei das stimmt das einzige was hier klappt na ist die klappt haben wir sie jetzt wieder alle zusammen ja haben wir jetzt wieder alle zusammen also wenn ich das nächste mal in dein haus komme adrian verlange ich einen perfekt ausgebauten keller ist dir klar ne ich bin schon fast fertig fast ist aber nicht ganz ja das weiß ich auch kann es kann man jetzt diese blöden fußplatten ein wo war die wüste hinter jasmins haus an unserem haus an meinem haus vorbei über die tolle brücke zu jasmin über die tolle brücke so jetzt noch junge wie groß da läuft was an mir vorbei ollie hamburg und tag das nieder portal ist nicht mehr fern kein für das nieder portal kandidier ob sie hier vielleicht ja deswegen ist wer soll von uns als erstes so richtige sachen haben okay wir brauchen eine dia pickaxe jasmina die dias gefunden also macht sie eine dia pickaxe und sorgt dafür dass wir ein nieder portal bekommen leute ich heule grad fast dein ernst wir machen jetzt erstmal nur eine pickaxe alles andere ist erstmal nebensächlich er ist mir doch er das ding ist erst wenn du es doch mehr abcd mitbringen wegen verzauberungs fisch ja ja ich bringe uns noch ein extra raum machen wegen den verzauberungs ich habe ja gedacht dass er jasmin oder so weil jasmin am kreativsten von uns allen ist dass sie da irgendwie ein haus oder sowas baut für extra so ja dann brauche es mir das ganze leder und so weil die muss ja die ganze bücherregale bauen ich brauche erstmal kühe um leder zu haben ich habe noch nicht mein haus das ist meine tür das geht gar nicht so eine richtige bücher alle machen könnte es so eine bücherei bibliothek meinst du der bibliothek da müssen wir weiß mir das ganze leder und so geben ja ich habe drei leder und ein bisschen papier ich habe nicht mal eine kuh ich habe papier halt jetzt kommst du jetzt nach hause noch schon auf dem weg er so lange doch das mädchen nicht nach hause geht es wird es auch macht schon wieder also solange die villager noch mit meinen türen spielen ist noch nicht nacht genug da kommt sie angesprungen jetzt hat er der hat der villager aufgehört mit meiner tür zu spielen das heißt ich gehe mal ins bad ich bin doch hier schon bei mir nein nein du kannst nur nur wenn der nacht schlafen warum nur jetzt 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 ja ich bin gerade noch ein bisschen an meinen keller okay ich darf mit pen auch mal ja ich habe was macht es richtig doch nicht gemacht ich bin jetzt wie schon mal hat die leder oder papier und ich glaube mein boden wird ganz schön bunt jetzt mit schon mal leder und papier warum er sie soll erst mal sich um ob sie denn für für das neder portal ja natürlich weil mutti will fahrstuhl natürlich ähm weil leck lecke die leckmann richtig schön wenn wir so eine bücherhalle haben oder bücherei sozusagen ich will tobis fahrstuhl hahn noch werbung dazu ja sorry aber ich muss ich muss es ja auch sagen das ist ja nun mal nicht auf unserem mist gewachsen aber ich möchte ihn trotzdem haben warum kriegen wir kein geld weil wir jetzt verlinkt mir sozusagen wir verlinken tubig gar nicht erzählen es ist ja gern hast du noch andere sieht ich kann ja jemand hast du an die sieht nein soll ich dir welches holen ich habe sieben was ich habe acht und sie wenigstens ja damit komme ich schon mal weiter also ist ja nur noch mein eisen schnell weg okay ich hab ja hier ich geb dir dann kann man schon mal runden kann man guck mal schon mal runden deine katze maust ja weiß ich glas ich dachte warum komme ich jetzt hier nicht runter das wasser drinnen ja du ich mit dem ob die fein sieht man das wasser gar nicht so das ist ja was in der sache dafür kann ich ja nichts aber du musst jetzt quasi eigentlich hättest du einen sandboden machen müssen warum sand hab doch hier ist immer granit und diurid aber kein anderes ehemann hast du an der sieht immer noch nicht er hat sich jetzt nicht geändert warum hast du mir keins gesucht weil ich sand geschaukelt habe wir erinnern uns wer glas will muss sand schaufeln ja geh aus meinem haus das gehört immer noch mir ist dunkel hat er habe ich den ich letztens erst an der sieht was aber nicht los hier ständige hausfriedens nur ein paar ich hab dir zwei drei stecks mitgebracht nein du hast mir diurid und 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 dinks gebracht aber nicht ja auch an der sieht gebracht doch natürlich entschuldigung ich hab ich brauche keine an der sieht ich habe an der sieht ja man jetzt brauche ich dass sie noch ab ich habe euch alle ganz so lieb es tut mir leid dass ich euch wahnsinnig gemacht habe also ich habe ihr letztes menschen diese drei steinarten gebracht muss ich in meinem buch schreiben mutter verarscht mich vertrauer verletzt aber auch froh dass ich sowas wie diamanten gefunden habe eine seltene edelkeit kostbarkeit wer hat eine schaufel nehmen die ab wieso schlägst du dich eigentlich dauernd mit irgendwelchen kruppzeug darum ich will deren schönheit ja ist mein boden nicht schön bunt was mein boden ist sehr sehr bunt ja wie bei tobi fast nein bunt es ist weg weil ich gehe kurz in die wüste wegen sand hast du meinen namen gesehen verpiesel dich aus meinem haus das kann doch nicht wahr sein ist doch siehst du doch und tot warum machst du solch was sind stück nicht mit der schütze ich habe noch nie meine der spitze warum hast du denn noch keine gekraftet weil ich erst mal an der sieht holen musste das steht habt ihr kein zu hause oder was ja das hatte ich mich auch mit 64 das müsste reichen hallo kommst du danke hallo und dann noch mehr küche der sind doch auch das ist nicht so ich brauche für ich sterb schon nicht ich habe mich nur verlaufen das ist mir jetzt ein trug ende ende der geschichte hallo creeper woanders exotier explodier okay ich bin weg tschüss ich habe angesiedelt ich gehe jetzt tschüss wenn ich dir jetzt erzähle dass ich ähm hat doch eh nur ins deck geholt also dass ich jetzt auch was brauchst du ach nix nix gleich wenn ich wieder anfange zu leben okay wenn du anfängst zu leben ja wenn ich nicht die ganze zeit von zombies und so verfolgt werde dann musst du dich da mal ein bisschen ne hau den doch mal ein paar auf die nase und dann wie das so ja dann kommt noch her kämpfen mit drei skeletten vier creeper und fünf zombies aber überlegt erstmal wie die geschrieben werden und dann okay das tut schon ehrlich weh du kannst doch nicht so gemeint zu deinem ehemann sein was ich alles kann du musst du den weg nach hause finden wo ich den vergessen habe aber ich den jedes mal vergessen ach gar glaube ich glauben nein da kommt die spinne spiderman spiderman ja mach doch noch werbung für den film okay dieses mit ich mir gerade richtig auf den zünder ich glaube ich fall vom glauben ab ich war jetzt bis die ganzen leute die spot sind und dann gehe ich die ganzen leute zwei drei zurecht ich warte bis die einsteuert oder terroristen ja das muss mehr was noch ein zack weil die machen ja gerne terror und dann eigentlich die ganzen katzen und äh hundegeräusche richtig richtig tolles geschenk für dich mhm das kann ja nur schlecht sein kann nur kann nur nach hinten losgehen wenn du mir ein paar eier bringst da würde ich mich freuen tatsächlich das habe ich eben weg nein allzu geläftet bist ja 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 der stein ist dann hier drin ja ja also und ich hab noch eine ganz ähm besondere überraschung für dich ich hoffe doch du dich darüber freuen wirst ich bin dumm das stimmt was ist richtig wo daher ich habe auch ein geschenk für die ist nicht werbefreundlicher seit wann sind wir dann werbefreundlich kriegst du jetzt auch deine portion rottenfleisch weil die ja immer so nett zu mir bis kriegst du sogar drei traum meiner schlaflosen tage sind vorbei ihr mann ich habe gelernt man heult wenn man aus trauer heult dann fängt das linke als erstes das linke auge an zu drehen und wenn man aus freude heute hallo was machst du mal ein sehr schöner was hast du bei deiner schwester gerade die als clown die erde hingebaut in einer speziellen form in einer penis form nein und wenn man aus freude heute abend erst das rechte anzudrehen und das weißt du woher hallo ich meine eine app die 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 weiß wenn du jetzt gesagt hat die schule internet wird es dunkel ich versuche zu schlafen ja das steht immer noch jetzt jetzt ich komme wartet ihr auf mich das dauert wenn die katze sind kraft macht kann ich nicht schlafen tja der dämen geguckt wie du schläfst der dämen geguckt wie du schläfst der würde auch schlafen war das ist mein feld endlich fertig hatte ich jetzt noch gebaut hier ist ein zombie dein leben ist schon hart mal gemeint kann ich ja überhaupt nicht nachvollziehen eben eine stone hope also eine karotte 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 ich brauche lillipäts du brauchst lilly lillipäts was sind denn lillipäts dein ernst die rosenblätter ach ja stimmt ja wenn du welche gefunden mir welche mit na ja genau als ob ich dich für dich mit nehme nicht sollte ich in der mutter ich wohne hinter einfach kühl mit einer mit einer eisenachs ja klar wusstet ihr jemand unsere kinder sind nicht gut erzogen wo es ist ja auch warum wohl wusstet ihr auch dass ihr aufs lager vorher fleisch auflegen könnt kann man kann man es ist richtig cool aus mal kann man kann es auch mal gleich zu mir kommen und zeichst du kannst du auch kartoffeln drauf ja also aber die man mit meinen türen spielen das ist doch nicht mehr normal mal zu mir ok muss eben mal meine schweinchen versorgen wir müssen noch kinder machen sonst kriege ich jetzt habe ich das weiter vergessen also ich baue jetzt meine dachterrasse zum dritten mal ja oder nicht zum zweiten mal ja weil ich damit noch nicht zufrieden bin das ist doch mal her meine süßen und wann ist das gar das ist fertig muss nur kurz warten ich würde es dauert eigentlich so lange wie ein fleisch oder zwei man kann ja wirklich aber ich weiß nicht ob es gleich so lange ist gleich so lange dauert aber weil es einfach nicht es ist einfach aus man kann vier stück drauf legen ja ja ich sehe das muss ja jetzt ja das ist ja voll cool hoch ich muss mein kuh backen muss gar keine kohle reinpacken ja spart kohle ja ok ja vier kartoffeln oh mein gott ich weiß nicht wie lange das dauert wahrscheinlich so eine halbe minute oder so was sei minute das ist das ist lagerfeuer eigentlich überbewertet warte kann man da auch reisen raus doch nicht immer gucken oder gold ich glaube nicht ne das geht wetten doch nicht ja jetzt habe ich über mein dauer ich habe mir jetzt hier oder schrott einmal mal hier ich brauche die noch ja was wir nicht denn ich bin ich zu das war eine kartoffel von mir die darfst du ruhig essen erlaube ich dir aber ich muss jetzt einen riesenbogen um dich mal hast du das ganze holz verbraucht was wollte ich jetzt machen und das ist ein hund und da liegt rottenfleisch das kannst du auch geben nein da unten ist eine ein wilder hund ach so ein wilder ihr wollt ihr habt die knochen dann könnt ihr ihn ruhig ziehen ich habe und mir reicht einer der schon das stimmt mit drei babys und drei erwachsen also will ich noch zwei erwachsen ich mal natürlich bringen ja einen besseren ort freundlich ich wollte unfassbar wie diese haben wir jetzt den hund sehen aber wird kein hund der dann unseren hunden schon genug du vorsicht ihr lieben in fünf minuten sind beide folgen um das wieder schlag auf schlag so sieht das aus muss man auch mein keller machen was muss ich dein keller machen mein keller muss ich ein bisschen verwässern jetzt noch nicht wird also dieser stone cutter ist ja voll geil da meine tochter mir der nur ein steck diurid gebracht hat das waren zwei bisschen dürfte ich alles was denn gut ich meine wer baut schon mit diurid aber das ist mir jetzt gerade eine gelatscht nein ich habe genug ich habe die noch nicht mal angefasst die ist runtergefallen ich bin runter gesprungen ja genau ja genau genau Genau. Genau, hätte ich jetzt auch gesagt. Ich schwöre, ich lache bewegen. Und er fängt wieder an. Hast du Aua? Also ich mache jetzt noch diese Reihe von meinem Dach zu Ende. Lass die Tür! Es reicht schon, wenn die Velizier das dauernd machen. Ach, mit F kann man die... Hast du mir jetzt meinen Boden weggenommen? Klatscht das, aber nicht beifallig, sag's dir. Du hast mir alles genommen. Warum lacht es mir jetzt? Ich glaube, ich bin tot nach der Folge. Danke. Okay, wenn du PvP gewinnst. Ich glaube, ich soll so aufhören. Ups. Ich habe aus Versehen, dass ich für Jasmin... Ist das jetzt der Schnaft wieder, oder was? Ich habe aus Versehen für Jasmin Grab gebaut, geschaufelt. Ja. Auf Versehen. Auf Versehen. Lass den Pies... Lass den Pies, Jasmin schon mal. Ja, mein Haus ist ja tatsächlich in den 50 Minuten nicht großartig gewachsen. Was hast du denn in den 50 Minuten gemacht? Das frage ich mich auch tief besorgt. Rundenfußboden. Bestimmt. Dem einen. Ich mach dann mal meine Diamantspitzhacke, ne? Deine. Träume weiter. Das tut so weh. Was war das? Was war das denn? Papa ist bei mir. Ja, hallo. Komm auch. Komm, Ehemann. Wir verabschieden uns jetzt. Hallo. Nein. Lass mich doch mit. Ich dachte, ihr wollt noch meinen Keller angucken. Ja, los, dann schnell mal den Keller angucken. Habe ich gut fertig. Warte, 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 noch nicht, noch nicht. Warte, warte. Nein, Adrian, die Zeit ist um jetzt. Wir haben noch genau 25 Sekunden. Ja, warte. Dann verabschieden wir uns einfach in den Keller. Menge, denke, denke. Ähm. Hier ist ein Loch. Warte, wo? Nein, ist kein Loch. Warte, warte, warte. Ich muss noch eine Sachen. Das Problem ist. Guck mal. Okay, fast fertig bin ich noch nicht. Hier ist ein Skelett irgendwo. Ja, komm, jetzt stellt euch zu mir. So. Mit dem Olli möchte ich mich verabschieden. Oha. So wie ich die Folge auch begonnen habe. Die Folge N sind ja zwei am Stück. Ja, wir sind im Baummodus. Jasmin ist im Sterbemodus. Adrian im Wassermodus. Olli im Terrassenmodus. Ich im Bodenmodus. Ja. Ähm. Jazz. Zurück in die Reihe. Nein. War, glaube ich mal, ganz ergiebig. Waren zwei ruhigere Folgen, die wir jetzt aufgenommen haben. Wenn es euch gefallen hat, einfach ein Däumchen da lassen. Würde mich freuen. Ich weiß nicht, wie es den anderen geht. Mich würde es freuen. Genau. Und der Abo-Button, ne? Ja. Diese Kinder. Jazz, wo ist der Abo-Button? Äh, weiß ich nicht mehr. Kamal hat es gerade gesagt. Rechts unten. Ich habe nicht zugehört. Willkommen in meinem Familien-Cast. Ja gut. Rechts unten ist der Abo-Button. Wer sagt ich? Bis demnächst. Ciao. Tschüss. 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 Ciao. Tschüss. Vielen Dank.